Die erste Etappe der Wahlkämpfe ist vorbei. Wir konnten bei den Europawahlen zulegen, wenn auch nicht alle Blütenträume reiften. Wir haben bei den Kommunalwahlen nicht wenige Erfolge erzielt. Insbesondere die neuen 350 circa Kommunalvertreterinnen und Vertreter in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und an der Saar werden einen entscheidenden Beitrag für den Parteiaufbau leisten. Jetzt folgt am Wochenende das Fest der Linken, wo wir gemeinsam feiern sollten und auch genießen. Und danach ist der nächste Arbeitsschritt unser Bundesparteitag, auf dem wir ein Wahlprogramm beschließen wollen, was klar und kenntlich die Position der Linken in den nächsten Wahlkämpfen aufzeigt. Nach der Sommerpause wollen wir dann mit Kampf und Entschlossenheit in die Wahlkämpfe in Thüringen, in Sachsen, an der Saar und in Nordrhein-Westfalen gehen. Diese Wahlkämpfe müssen die Angelegenheit der Gesamtpartei werden, weil sie die Weichenstellung für die Bundestagswahl vornehmen. Wir bleiben dabei. Ein Schutzschirm für die Menschen ist unser Ziel. Wir kämpfen darum, dass nicht Sie die Zeche für diese Krise bezahlen. Also am Wochenende feiern und der Kampf für gute Wahlergebnisse und Veränderungen in diesem Land geht weiter.